Hier sehen wir den gewöhnlichen Startbildschirm der Wärmepumpe. Im Energiesparmodus ist der Bildschirm schwarz. Durch einmaliges Berühren erscheint umgehend diese Oberfläche. Im dritten Schritt sehen wir uns an, wie wir das Warmwasser wärmer oder kälte stellen können. Dazu drücken wir wiederum links unten auf die drei Balken. Anschließend auf das Tropfensymbol, um in das Warmwassermenü zu gelangen. Durch Drücken kann die gewünschte Temperatur angepasst werden. Mit dem Zeichen X links unten gelangen wir wieder zurück zum ursprünglichen Startbildschirm. Bis zum nächsten Mal.